Das ist eine kurze Dokumentation von unserem ersten Saunaversuch mit Steine heiß gemacht, die der Toni im Hintergrund auflädt. Die Steine sind total heiß. So, erster Aufguss in der Sauna-Gondel. Mit montierten Griffen. Au, wie das funktioniert. Super, jetzt sehe ich gleich nichts mehr. Oh Gott, oh Gott, da sieht man der Toni noch. Da ist er noch. Okay, das Ding ist jetzt komplett super, sorry. Oh, wie ist es? Traum, Traum ist es da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020